Ich dachte, du bist mutig. Eigentlich schon. Ulla, das ist Glühhannes. Hallo, Ulla. Ein Glühwürmchen. Genau. Glüh, was? Achtung, fertig. Und Licht an. Na, was sagst du, Ulla? Oh, das ist besser. Ich zeig dir alles hier unten, Ulla. Das erste Mal unter der Erde ist besonders aufregend. Ja, äh, oje. Wir sind jetzt fast eine Wurmlänge unter der Erde. Je tiefer man gräbt, umso feuchter und kälter wird es. Pfff. Die Sonne. Ah, ein Vogel. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Wer schreit da? Ulla ist nicht mehr hier. Ulla. Hilfe. Ulla, ich komme. Ah, riech unglückswurm. Da habe ich mal Gäste und dann passiert was. Typisch. Aber was nur? Was ist passiert? Ulla, wo bist du? Was auch immer passiert ist. Es ist mein Fehler. Es tut mir leid. Du bist so mutig. Was? Mutig? Ich? Ah. Ich bin nur mutig, wenn ich die liebe Sonne sehe. Max, was hast du? Man muss mutig sein, wenn wir irgendwas zusammen machen wollen, Maja. Aber das stimmt nicht, Max. Abends am Teich werden alle tanzen. Da könnt ihr beide dabei sein. Hier ist es nicht zu hell und nicht zu dunkel. Tschüss. Tata. 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 Tata.